Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Ähm, wie ich so, ich sortiere gerade die Sachen. Äh. Wird jetzt auch schon gewinnen, wenn dann Hündchen draus gewöhnt werden. Ähm, Riesfleisch. Und da rein. Ähm, scht. Dein ist voll tolle Wurst. Ähm, Dreck ist auch unten voll. So und so. Ähm, so. So. Ähm, Holz kommt unten rein. Ähm, so. Holz, 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 Scheiße, da. Holz. Ähm. Ähm. Fucken kommt da mit rein. Das wirst du fressen mit mir noch damit rein. So. 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 Ich habe leider kein Thema zum Reden, so wie meistens, aber ich versuche jedenfalls das Video, das was ich zu spielen habe, besser machen. So, dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Okay. Okay. Ugh. Frage an euch. Einfach in die Kommentare schreiben, was sollen wir hier bauen? Es ist eigentlich genug Platz für das, was ich vorhabe. Aber vielleicht gibt es ja nur eine größere Idee, was man aus Steinen bauen könnte. Da. Ja, weil wir haben ja ganz viel Stein eingenommen. Das Dreck, irgendwie sowas, könnte man aufbauen, aber sieht irgendwie richtig scheiße aus. Und ich glaube, nächste Folge brauchen wir eine neue Schafel. Also. 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 Menschen. Also. Und es wird wieder dunkel. Und es wird gespeichert. Und es wird gespeichert. Automatisches Speichern des Levels wird vorbereitet. Wir sind jetzt nicht ganz sicher. Die Reihe noch. Und dann gehen wir. So. So. Shit. Hier. Und ich habe Hunger. Das kommt da rein. Da. Ich. Da. Da kommen die Samen rein. Und Stein und Holz können wir ja heute also jetzt nicht mehr hier unten rein machen. Das müssen wir hier oben machen. Weil unsere ganzen Ton voll sind. Mit dem ganzen Scheiß. Hier konnte ich leider nur eine kleine machen. Weil ich keinen Platz habe. Sonst würde ich sie dann da rein machen. Oder da. Ich habe ja noch genug Platz. Ich kann nicht mit leeren Malen. Ich kann nicht mit leeren Malen. Und dann sind wir Level 11. Und dann bringen wir das Mampfen weg. So. So. Sind bestimmt ja die ganzen Viecher noch hier. Die verkugeln gerade alle. Ich muss mal wieder das Zuckerrohr ernten. können. Alles Gute kommt von oben. Oh. Shit. Hier. Jo. Vier Pulver. Alter. Ich habe auch gerade gedacht. So. Das. Oder sollen wir den Berg überhaupt noch weiter abreißen, einfach wieder in die Kommentare schreiben, so wie üblich. Das wäre auch schön für eure Meinung. So. 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 noch an so 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 Okay, dann kommen wir jetzt gleich mal wieder zum Ende. So. Diese Reihe noch, dann sind wir auch fertig wieder. Ja. Muss ich auch wieder Schluss machen. Ich hab die Reihe, schreib ich gar nicht mehr. Ja, also... Ähm... Es ist einfach... Ja, ähm... Scheiße. Okay. Okay. So. Bye, bye, Wooly Head. Tschüss. Und bis dann. Bye, Bob der Baumeister. Nein, Minecraft. Tschüss. Tschüss. Tschüss.